Spieß anständig, Ladies! Spieß anständig, Ladies! Spieß anständig, Ladies! Oh, meine Güte. Schlag weiter. Du wirst mir nicht wieder in Kraft. Alter Feil. Ja, schlag ihn doch mal. Ja, schlag ihn doch mal. Dich, mein Messie ist nicht weg. Ja. Ja! Batman, geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg. Sie muss abgehauen sein, als Ben dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Wucher. Nein, Ben. Diesmal zerbreche ich dich. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Ben hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexen. Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich seh mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich hab sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's. Vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, wie Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom, und das kann nur Ärger bedeuten. Ich geh jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Betthöhle bin. Ich bin's. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Gut gemacht. Gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Er ist hier! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020